Munchkin Freibeuter 2 Halsprung. Ich liebe ja diese ganz Munchkin Spiele wie Munchkin Space, Munchkin Zombies, Munchkin Freibeuter, Munchkin Apokalypse und auch die sind immer, das ist eins der witzigsten Spiele ever von Pegasus oder beziehungsweise diese Munchkin Spiele sind schon wirklich sehr nice. So wie man es kennt, haben sie eigentlich, mal gar nicht, jetzt kann man da vor einer Geschichte irgendwas vorlesen, äh, nee, nee, ich kehre mal schon, Freibeuter, für wie viele Spieler ist das, ich hab gar keine Ahnung, so, was steht hier noch drauf, irgendwas Informatives, nein, also gucken wir mal in die Karten rein. Munchkin kennt ja eigentlich fast jeder, irgendeine Version hat jeder schon mal gespielt, damit es das ganz normale Munchkin ist. So, was haben wir denn hier, zweisprachig, du darfst zwei Akzentkarten haben und das sind alle Vor- und Nachteile von beiden. Schummeln, okay, Schummeln, Fluch, schlechtes Blatt, lege deine Handkarten ab bis auf eine und zeige allen diese eine Karte, ja, das ist ja toll. Fluch, Mann über Bord, lege die Rüstung, Kopfbedeckung oder Schuhwerk mit dem höchsten Bonus für dich ab, bei Gleichstand entscheidest du, hast du gar nichts davon, steilst du eine Stufe auf. Na, das ist ja nett. So, verliere eine Stufe. Verliere dein Schiff. Oh Gott. Verliere deinen Schiffsverstärker. Fluchschrumpfkopf. Wähle einen kleinen Gegenstand aus, den du ablegst. Jeder Gegenstand, der nicht als groß gekennzeichnet ist, ist klein. Ja, das ist immer so sinnvoll. Ja, lohnt sich bestimmt. Muss ich bei Zeiten mal spielen, so. Ich hab auch nur erstmal die Einkarten ausgepackt. Hier habt ihr das Spiel nochmal. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Kommentar da, lasst mir keinen Kommentar dran, lasst mir einen Like da, lasst mir keinen Like da. Folgt mir, folgt mir nicht. Bis denn dann, ciao.